Hallo zusammen! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ist jetzt 12. Direkt vor dir. Du bist jetzt 13. Das ist die letzte Runde. Nicht anhalten! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sebastian Vettel. Hat das Rennen gewonnen. Gut gemacht. Du bist Zweiter. Weber. Beendet das Rennen auf dem dritten Platz. Werfen wir nun noch einen raschen Blick auf das offizielle Ergebnis.